30 Sekunden bis zu Minion Spawn Nun, du weißt aber schon, dass du noch 800 Gold oder so hast Man hat 1.300 am Anfang Minions have spawned Holy shit, da stalkt mich einer Ich spiel sie zum ersten Mal, die Map Wow Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe wenigstens eine Kill. Ich habe wenigstens eine Kill. Ich habe wenigstens eine Kill. Und tot. Achtung, der wird seinem Haken kommen. Destiny hört dich nicht. Fuck. Fuck. Ich habe wenigstens eine Kill. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Nein, bleib mal nicht die ganze Zeit in dem Gift stehen von der Cassio. Das war's für mich. Man, das kotzt mich richtig an, diese Vollidioten, die immer nicht sterben wollen und deswegen die ganzen Teammates immer hinter... Ey, wie kann man nur so dämlich sein? Jedes Mal sehe ich das. Ich möchte nicht sterben, also gehe ich nicht rein. Fickt euch Leute, echt. Ihr seid solche Spasti-Teamplayer. Ich möchte nicht sterben, aber ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben, aber ich möchte sterben. Ich möchte sterben, also sterben. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Ihr Team hat einen Turret verletzt. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Er hat einen Turret verletzt. Ich möchte sterben. An ally has been slain. 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 Mann dafür hast du ja die Blue Cards nee ich bin nicht TS ich bin Olaf ja dann ist das natürlich scheiße da da ist alles da drin ich bin ja scheiße gestern ich bin ja scheiße gestern für live denn auch die Lust hat eh ja gott oh weiß jetzt 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 macht ihr diesen Fisch! Alter! Ich bin dauernd gestunnt, das ist voll... Ja, du bist der Carry! Du wirst natürlich nicht gestunnt. Acht differ! Hvent seht ihr euch den Song ! Ohohoho! Ohohohohohoho- Wir ziehen uns mit EIS zu drinnen. Mästigen was neuropen? Verst du uswiesen? Was für eine Range es hat, ey. Können wir mal Kassio fokussen. Kassio und Jax. Oh, komm. Irgendwann muss ich hier die Ultima benutzen. Ha. The fuck? Nooil. Nein! Scham, retards! Schau! Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb wurde verletzt. Ein Wettbewerb wurde verletzt. Ein Wettbewerb wurde verletzt. Ein Wettbewerb wurde verletzt. Was ist? Ich habe das eine Foto. Mach doch mal deinen Slow-On. Eine große kriege. Eine Einscheidung. Ein Wettbewerb wurde verletzt. Eine Überlegung. Der Schauf hat für die Böge verletzt. Eine Überlegung. Eine Ertbewerb wurde verletzt. Ertbewerb wurde verletzt. Ja, er zuerst. Ert aber. Was ist denn jetzt genau alles anders? Bei der Map? Das mag ich doch anfangs mehr Geld Ich nehm Cassio einfach raus Das Geld ist schneller, also das Geld lädt sich schneller wieder auf Wenns geht Ja hab ich letzten Kammer auch gemacht, einfach rauf Jetzt wahrscheinlich nur Frozen Heart Ja Wer hat ein Frozen Heart? Ich hol mir eins Alter Alter Einfach so ne Full Tank Scheiße spielen Oh ja Fizz du Pisser alter, hilf doch mal Ich darf da auch was mit 300 life rum Ich bin Fizz Ich bleib die ganze Zeit hinten Ich bleib stehen Die ganze Zeit Von Anfang an Immer wieder hinterm Tower bleiben Feiges Stück, ey Ich bin echt froh Aber nie viel tot, halt die Fresse Ich bin echt froh, dass solche Leute keine Norm mitspielen Der hat bloß ne Skill zum rausgehen, dass er keinen Schaden kriegt Ich bin echt froh 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 Alter Alter Echt, alter Fitz kriegt nichts auf die Reihe und stirbt am Ende trotzdem Vollidioten denken Scheiße, scheiße, nein, nein, nein Ihr Turret wurde zerstört Ihr Inhibitor wurde zerstört Hier ist noch Zähler in Busch Wie sie alle ins Gift reinlaufen Alter Nein weg Weg da Ola Einfach rein Der Alistar hält uns die ganze Zeit weg Wir können nichts machen Ja Dann killt wenig Zitz rein Ja schön Ja Ich hab die Kasse Na gut wir haben Der Jackson ist nur das Problem Ja Kassel und Jackson ist tot Killt jetzt alle Ja bist du auch tot? Ja ich bin da hinten in drei Stück reingerannt Hab Kass gekillt Das ist kein guter Deal gewesen Ja geht eigentlich Alter warum schon Alter warum steht denn da hinten Verdammte Scheiße Ash Du bist fucking Carrie Du hast mehr als nur dein W Du hast mehr als nur dein W Super Det ist ein guter zurück zurück du brauchst mal magic resistance ja ich hole mir jetzt das sex tränke item da das weitere mein morfios wird schon wieder reingelaufen das ist nicht klug du bist kein tank clever die Fakten bin ich alleine weil der Alistair und jedes Mal raus nimmt wie oft noch ok den auch nicht mehr wo habt ihr den eigentlich ok night sagt ich soll den neuen laden tja nein ok night nur noch level 30 ok es geht auch an dich und darunter keine anderen mit dem die 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 die